Wir stehen jetzt hier mit Jörg Mittelkamp von OrxMoney. Jörg, was macht OrxMoney? OrxMoney ist ein Marktplatz für Kredite. Wir vermitteln Kreditanfragen von Privatpersonen und diese werden halt durch Privatpersonen finanziert. Warum Active Launch? Ja, also wir sind ja fürs Partnerprogramm hier, versuchen da viele Affiliates von uns zu überzeugen, zu gewinnen, den Namen bekannter zu machen. Wir sponsern schon viele Veranstaltungen, sind Hauptsponsor auch der Performance Night beispielsweise, die mal zur Demexko stattfindet. Und zur Active Launch wollte ich schon immer mal hin, weil alle Affiliates haben gesagt, da müsst ihr auch unbedingt mal hinkommen. Und ich sage immer, ja, verdammt, das Anmeldefenster ist immer so kurz, ist immer schon geschlossen, wenn ich mir die Seite angucke. Da müssen wir doch mal Sponsor werden, damit wir überhaupt reinkommen. Ja, und ich bin überwältigt, wie voll das hier ist. Also man versteht sein eigenes Wort eigentlich nicht. Das bin ich jetzt von anderen Veranstaltungen so jetzt eigentlich nicht gewohnt. Ja, wird ein harter, anstrengender Abend vermute ich. Mit wem wollt ihr ins Gespräch kommen heute Abend? Im Prinzip mit jedem? Ja, im Prinzip mit jedem. Hauptsächlich natürlich mit Leuten, die Augsmanee gerne näher kennenlernen wollen, auch die Möglichkeiten kennenlernen wollen, mit uns Geld zu verdienen. Aber natürlich auch so mit allgemeinen Agenturleuten, die man aus meiner langjährigen Online-Geschichte schon so kennt, ein bisschen quatschen. Aber Business steht natürlich hauptsächlich im Vordergrund. Du hast es eben schon angesprochen, die Active Launch ist eine super Veranstaltung. Beschreib mal die Stimmung hier. Ja, also von außen sehr unscheinbar, sag ich mal. So ein Loft- oder Fabrikgelände. Aber die Lounge ist sehr cool. Geile Musik, geiles Essen, geile Getränke und die Leute sind cool. Und ja, ich bin mal gespannt, was das Abend noch bringt. Alles klar, danke dir. Eine letzte Frage noch. Wo soll der Weg mit Augsmanee hingehen in den nächsten drei Jahren? Ja, unser Slogan ist Augsmanee, bevor ich zur Bank gehe. Wir sind zwar schon relativ bekannt, denke ich, aber Augsmanee soll halt die Alternative zur Bank sein. Sowohl für Anleger, die Gelder investieren wollen, als auch für Personen, die einen Privatkredit haben wollen. Und da wird noch sehr viel von uns zu hören sein. Viel Spaß und viel Erfolg noch.